Es gibt kaum einen Aspekt unseres Lebens, der nicht von der Technologie verändert wurde. Abgesehen von ein paar potenziellen Nachteilen, haben diese Fortschritte unser tägliches Leben viel einfacher gemacht als noch vor ein paar Jahrzehnten. Denn egal welches Problem du hast, es gibt ein Gadget, das es für dich löst. Manchmal brauchst du eine smarte Brille, die dir Nachrichten anzeigt und dich anruft und manchmal kann ein automatischer Shot-Spender, der deine Shotgläser automatisch auffüllt, deinen Freitagabend wirklich bereichern. Egal wer du bist, hier sind 10 Gadgets, die dich im Jahr 2022 umhauen werden. Wie immer findest du die Links zu allen Gadgets in der Beschreibung unten. Nummer 10, Revo Roulette Wenn du und deine Freunde jedes zweite Wochenende eine Party feiern wollen, dann ist dieser Roboter-Shot-Spender genau das Richtige für euch. Der Revo Roulette ist eine völlig neue Art, deine Schnapsgläser zu füllen. Dieser einzigartige Spender bietet zwei Modi, Standard und UAs und acht verschiedene Partyspiele. Du kannst mit deinen Freunden eine unvergessliche Zeit bei Chain, Spin the Bottle, Snap, Sequence, Reaction, Whack a Mole, Catch the Wet und Odd One Out verbringen. So ist ein lustiger Abend garantiert. Das Tolle ist auch, dass ein bis sechs Personen gleichzeitig spielen können, sodass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Der Shot-Spender ist außerdem sehr handlich und kann dank der USB-Batterie-Option bequem mitgenommen werden. Mit diesem Gadget an deiner Seite kannst du überall feiern, wo du bist. Nummer 9, Spiritus Spiritus hebt die Idee eines Aromadiffusers auf eine neue Ebene, indem er ihn nicht nur in einen Wecker integriert, sondern auch dafür sorgt, dass du die natürlichsten Aromen erleben kannst, wann immer du willst. Ob es der Geruch von Nadelwäldern im Sommer ist oder der Duft des Windes, der eine salzige Meeresbrise in Südkalifornien einfängt. Spiritus sorgt dafür, dass du all deine Lieblingsgefühle wieder erleben kannst. Das Gerät hat ein wunderschönes Äußeres in Form von gebranntem Holz, eine integrierte LED-Beleuchtung, einen digitalen LED-Wecker und viele coole intelligente Funktionen in einem eleganten Paket. Der Diffuser leuchtet in einem beruhigenden roten LED-Licht, das sanft durch die schwarze Abdeckung hindurch scheint und einen unglaublichen Gluteffekt erzeugt. Der perfekte Weg, um deinen Körper und Geist vor dem Schlafengehen zu entspannen. Nummer 8, Xiaomi Smart Glasses Wenn es um unglaublich coole und praktische Gadgets für den Alltag geht, ist Xiaomi nicht zu bremsen, denn diese smarte Brille ist der Beweis dafür. Die Xiaomi Smart Glasses vereinen Bildgebungssysteme und Sensoren in einem subtilen und gewöhnlichen Glasdesign durch die Micro-LED-Lichtwellenleiter-Technologie. Um sicherzustellen, dass sich das Bildgebungssystem nahtlos in den Rahmen einfügt, ist Micro-LED zweifelslos die bestmögliche Wahl. Die Brille wiegt unter 51 Gramm und ist daher im Alltag sehr bequem zu tragen. Außerdem kann die Brille Nachrichten und Benachrichtigungen anzeigen, wo auch immer du dich gerade aufhältst und du kannst telefonieren, navigieren, Fotos aufnehmen und Texte direkt vor deinen Augen übersetzen. Die Xiaomi Smart Glasses sind das, was wir den Blick eines Ingenieurs in eine fortschrittliche Zukunft nennen würden. Nummer 7, Pixels, die elektronischen Würfel Mit diesem Set aus intelligenten, leuchtenden Würfeln kannst du dein Tischspiel auf eine neue Ebene bringen. Die Pixels sind wahrscheinlich die coolsten Würfel, die du je gesehen hast. Sie sind mit LEDs ausgestattet und können so angepasst werden, dass sie leuchten, wann immer du willst. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Pixels mehrere Stunden am Stück leuchten. Danach kannst du sie ganz einfach mit dem mitgelieferten E3 wieder aufladen. Diese Würfel sind außerdem ziemlich schlau. Sie wissen, in welche Richtung sie rollen und können über Bluetooth mit deinem Handy oder Tablet kommunizieren. Die LED-Leuchten können sowohl durch die gesamte Fläche als auch nur durch die Zahlen leuchten. Du kannst das Design wählen, das dir am besten gefällt. Brettspiele mit Pixels zu spielen ist ein sicherer Weg, den Spaß auf eine ganz neue Ebene zu bringen. Nummer 6, die Krone Wenn es dir schwerfällt, dich zu konzentrieren, sei es bei der Arbeit oder anderswo, dann ist die Krone das richtige Gadget für dich. Es ist ein Gerät, das deine Konzentration so steuert, wie es für dich am besten ist. Es führt dich in einen Flow-Zustand und hilft dir in der Zone zu bleiben. Es ist die coolste und innovativste Art, Unterbrechung zu vermeiden, die dich davon abhalten, produktiv zu sein. Du kannst die Krone so einstellen, dass er deine Benachrichtigungen automatisch stumm schaltet, während du arbeitest. Eine Funktion, die ausreicht, um deine Produktivität bei der Arbeit drastisch zu steigern. Mit diesem Gerät und der dazugehörigen Neuorcity Shift App kannst du neue Songs entdecken, die deinen Flow fördern und dir helfen, in die Zone zu kommen. Es ist, als würdest du dich in deinen Geist hacken und ihn in den optimalen Produktivitätsmodus versetzen, wann immer du ihn brauchst. Nummer 5. FlexCam Oppi Dieses Gadget ist ein Muss für alle Fotofreunde da draußen. Die FlexCam Oppi ermöglicht es dir, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Es ist eine Kamera mit einem flexiblen Gehäuse, das dir die coolsten und nie dagewesenen Aufnahmewinkel ermöglicht. Das Gerät verfügt über ein einzigartiges Biege- und Pose-Design, das dir hilft, den perfekten Rahmen für deine Aufnahmen zu finden. Du brauchst auch kein Stativ oder einen Selfie-Stick, um die idealen Klicks zu bekommen. Stattdessen kannst du den Oppi einfach drehen, um ihn zu fixieren oder ihn strecken, um einen Selfie-Stick zu imitieren. Herkömmliche Action-Camps können lästig sein, wenn du ständig Zubehör wie Stative, Gimbals und Halterungen aufbauen und mitnehmen musst. Hier hebt sich Oppi wirklich ab. Da kein zusätzliches Zubehör benötigt wird, ist es das bequemste Gadget, das du überall hin mitnehmen kannst. Nummer 4. Stratosphäre Aquatica Wenn du ein Meeresliebhaber bist, wird dich dieses Fahrzeug garantiert umhauen. Mit einem Durchmesser von 1,65 Metern ist die Stratosphäre Aquatica eine ultraleichte Kohlefaserkugel, die Platz für zwei Passagiere bietet. Sie kann sich auf dem Wasser, dem Land und in der Luft bewegen. Die Version, die sich auf dem Wasser bewegt, ist besonders einzigartig und aufregend. Im unteren Teil der Kugel ist eine ausfahrbare Folie angebracht, während der untergetauchte Teil einen sehr niedrigen Schwerpunkt hat, weil dort alle Akkus untergebracht sind. Das Fahrzeug verfügt außerdem über ein selbstbalancierendes System, das die Neigung der Kugel anpasst und reguliert. Außerdem kann Stratosphäre mit zwei 150 PS Elektro-Triebwerken ausgestattet werden und mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 30 Knoten über die Wasseroberfläche fliegen. Nummer 3. Copter Pack Dies ist ein wirklich cooler elektrischer Rucksack-Kubschrauber mit einem selbst nivellierenden Autopiloten, der mit der Idee des persönlichen Fluges spielt. Copter Pack ist ein leichtes Flugwerk aus Kohlefaserwaben. Er ist im Wesentlichen ein Ein-Personen-Fluggerät mit einem tragbaren Rucksack und zwei etwa 0,9 Meter breiten, teilweise geschlossenen Rotoren. Es sieht ein bisschen aus wie eine menschliche Drohne. Die zwei Rotoren ermöglichen es dem Copter Pack, auf einer zentralen Achse hin und her zu fliegen. Dank der Konstruktion der Rotoren haben die Pilotinnen und Pilotin eine große Kontrolle darüber, wie sie fliegen. Außerdem sorgt die Autopilot-Funktion dafür, dass sich der Fahrer automatisch ausrichtet und die Sicherheit des Nutzers gewährleistet ist. Nummer 2. Kosmisches Auge Hier ist eine kugelförmige und kinetische Skulptur, die mit einem Schwung deiner Hand wunderschöne, unendliche Strömungsmuster erzeugt. Cosmic Eye ist mit einer klaren Flüssigkeit und einigen magischen Partikeln gefüllt und seine Bewegung erinnert dich an rotierende Galaxien oder Bilder, die denen von Wettersatelliten ähneln. Es ist ein ziemlich cooles und einzigartiges Dekorationsstück für deinen Studiertisch oder dein Wohnzimmer. Indem du das Kunstwerk einfach bewegst, kannst du bemerkenswerte, organische Muster erzeugen, die die Fantasie anregen. Und nicht nur das, der Cosmic Eye hat garantiert eine entspannende und fesselnde Wirkung auf jeden, der es betrachtet. Das Gadget ist außerdem ziemlich kompakt und tragbar, denn es wiegt nur 185 Gramm. Das bedeutet, dass du es überall hin mitnehmen kannst, wo du willst. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polycarbonat, das 200 Mal stärker ist als herkömmliches Glas, wenn es um die Bewältigung von Stößen geht. Nummer 1 Tosi Flying Duo Das Tosi Flying Duo bietet dir eine neue Art Spaß zu haben. Das Duo besteht aus einem Bumerang und einer fliegenden Scheibe, die wasserdicht ist und mit leuchtenden LEDs ausgestattet ist. Die fliegende Scheibe hat 360 superhelle LEDs mit 6 einstellbaren Helligkeitsstufen und 6 Timer-Modi. Und auch der Bumerang sorgt für jede Menge Spaß, denn er hat eine runde Form, die ihn sicherer macht und leichter zu fangen ist. Er kann sogar bis zu 15 Meter hoch und 30 Meter weit fliegen. Das bedeutet, dass du und deine Freunde eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten haben. Wenn das nicht reicht, kannst du die Flugscheibe sogar auf den professionellen, ultimativen Spielmodus einstellen. Außerdem lässt sich das Duo, dank des cleveren Designs, das ineinander passt, überall hin mitnehmen. Die Akkus lassen sich ganz einfach mit deinem USB-C-Kabel aufladen. So kannst du es überall hin mitnehmen und dir eine unvergessliche Zeit mit deinen Freunden sichern. Kommentiere unten, auf welches dieser Gadgets du dich am meisten freust. Vergiss nicht, das Video zu liken, TechJoy zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.